WINDEN Noch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Komm los! Mikkel! In der Zukunft, in der Vergangenheit oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden. Es muss ein Weg geben, das alles zu ändern. Es wird wieder passieren. Es ist soweit. Es gibt einen Weg. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst. Es gibt einen Weg. Die Apokalypse... ...müß... ...kommen. ...müß... 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 Vielen Dank.